Wenn wir unsere Lage verbessern wollen, denken wir am besten als eine geeinte Gruppe auf. Wer ist dabei? Sind Sie wahnsinnig? Nein, Sie ist nur wütend. Wir sind alle wütend. Sie haben unsere kleine Mies behandelt. Und Sie bringen das in Ordnung. Wir wollen Gerechtigkeit. Wir, die Strafgefangenen von Litchfield, sind menschliche Wesen. Wir protestieren gegen die missbräuchlichen Zustände, unter denen wir festgehalten werden. Wir liefern denen eine Show. Wir werden super berühmt. Setz den Lächelblick auf, ja? Papierst du nicht, was hier los ist? Wir wurden grundlos geschlagen. Wir wurden zu viert in Kojen gestopft wie Legebatteriehühner. Sie verweigern uns menschenwürdige Behandlung. Wie kann ich helfen? Dafür werden die dich hassen. Also wie immer. Tu, was du tun musst. Du bist keinem hier irgendwas schuldig. Mein Gott. Wir hatten die Chance, hier richtig durchzugreifen. Wolltet ihr die Führung nicht? Taut ein Problem auf, dann geh es an. Das ist mein Zuhause und dafür werde ich kämpfen. Wir stellen jetzt mal Forderungen. Keine Idee ist eine üble Idee. Ein Jumbo-Eisberg. Lateinunterricht. Eine Antigravitationskammer, wo wir einfach schweben und Salto's machen. Manche Ideen sind schlechte Ideen. Sag dieser Dame, was wir wollen. Wir wollen verdammt nochmal nicht länger verarscht werden. Sondern ernst genommen. Der einzige Ausweg ist, dass wir es zusammenfassen. Ausgezeichnete Idee. Es wiegt mehr Kraft in einer einzelnen gemeinsamen Botschaft. Mächtiges Wesen. Wir sind bereit, dich zu empfangen. Mächtiges Wesen. Mächtiges Wesen.